möchtest du spielen diese wirkt sich nicht auf seinen fortschritt aus ja noch mal kopieren das ist ein neuer kann neu gemacht kann ja noch nicht gewonnen werden machen wir gar nichts war mal kurz einmal speichern wenden ich verlasse den kopf bist du bei steam online da wurde da ja jetzt auch egal ich war vorhin auch nur unsichtbar und da waren nicht sagst du mal rauschen ist bei mir jetzt macht das aber ganz so das spiel ganz neu machen aber alle nicht einfach einladen wir haben es ja ich sehe ich online gehen für normalerweise muss nur der online gehen du einladen willst haben sie gerade warten korki überlegt gerade müssen ein paar aus dem bildschirm ist ja geil ja cool hatte habe ich das fabel noch irgendwo ja warte pass auf ich schicke das fabel habe ich nämlich auch gerade gesehen das pause bildschirm das was du uns gezeigt hast ja dann da ist es habe ich guck mal und ich muss noch enter drücken ich glaube zwei stunden stehen reicht das ist jetzt nicht mal wieder nicht so spiel wird neu gestartet oder gab ein update gut zwei stunden stehen reicht hast du was für deine gesundheit getan ja ich hab zu viel gesessen ne ich kann dir sagen was für seine gesundheit ganz gut ist weil er halt schmerzen ist einfach ein bisschen so ne science und was sagt mit heizschmerzen hast du vorher gesagt in dem schleimigen ding da ich habe nicht gesagt dass ich heizschmerzen habe irgendwas mit dem hals da ich hab zwischen den schleim im hals aber viel zu viel reden ab und zu so spiel starten ich weiß gar nicht warum der charakter schon wieder 561 leben hat du musst mir ja auch den neuen rüber schicken weil du ja gerade neu gemacht hast na quatsch da sagst du mir was er bleibt einfach weg er bleibt einfach weg so ähm kopieren ich bin sogar extra online gegangen muss ich noch zentosolos finden warte mal ich gar nicht doch nachricht so und das geht nach hier hin muss man sowas nicht in die gruppe geschickt weil dann Fabi nicht drin ist nein ich meine in den call hier nee weil ich nicht weiß ob Fabi das weiß wo man das findet so schnell wird mir doch angezeigt ah ich kann ich darf super und das ist schön das neben dem dank gerne michi wusste das konnte es habe ich nicht heute keine lust gehabt heute zu ich habe ich habe dafür gerade deinen stream auf dem alter die base bei dir junge okay es war ich hatte recht wie farbis bett achso das hat er dann auch gemacht nimm mal ruhig den karten tisch fabi oh nein weil ich gucke mir jetzt jetzt die karte an wie sie jetzt acos und ivy sind da links ich habe 416 leben im 60 meter umkreis vom boss sind immer ports das war meine arbeitsstelle gestern abend ich wollte das ja eigentlich auch noch machen dass ich einen descounter mit einbaue aber irgendwie habe ich es auch nicht gemacht ich weiß nicht wie es funktioniert aber ich muss halt einen neuen block aufmachen für core ich hätte erst mal gucken müssen wie das geht aber wäre nicht das problem gewesen ja die wohnen wie zusammen obwohl der eine rechte wo rechts wohnen soll aber ja ist fertig kochen ist noch so die felder gibt es ja auch noch kochen ist auch teilweise drüben ja ja also das ist ja das ist so mein bereich mittlerweile geworden ähm meine karte ändert sich ah ja oh ja 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 nee ist klar gut ne die hat sich jetzt geändert ich war das nicht vor allem er hat sich gefreut als ich in den kochtopf geguckt habe und mit einmal den erfolg auch bekommen habe ja guck mal in den kochtopf mit den rezepten das finde ich frech bei mir passiert nichts hast du den erfolg schon? nein hast du keine 100 rezepte vielleicht schon gekocht? oder hast du doch vielleicht gemacht? vielleicht habe ich den auch schon weil die boss hatte ich auch habe ich geguckt weil ich habe den halt bekommen als ich reingeguckt habe und da hat sich richtig herum gefreut nee nee ich habe es nicht guck mal nochmal auf einmal hast du das kleine büschlein geöffnet haben wir so durchgeswitcht alles? ja ja ich habe gerade durchgedrückt oder vielleicht oder warte mal koch mal vielleicht eine sache dass es dann irgendwie getriggert wird ich koch dann ach so jetzt muss ich eine neue boah ich habe die mir nicht so mit einmal zack bekommen wollen ich meiste auch noch eine doppelkiste wegen den pets die doppelt sind jetzt also die schlechten gar nicht ach so nö ich bekomme nichts dann guck mal ob du das bekommst hier oben Fabi bei den pets in die kiste reingucken wo ganz links also wie bei mir ja guck mal in die kupferkiste rein musst du bis dahin im moment warten aber ich habe ich bekommen ok den euch inside bekommen aber auch schon ein bisschen komisch dass das andere nicht eisenhammer eisenbogen eisenschild aber warte das ist ohne das moment warum wie es denn noch ein bisschen aussieht wo ist nur das korrupten wächter guck mal hier unten habe ich für dich einen hammer hingetan das falsch strattiert ist nur anders vertiert werden nein 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 das bleibt so ich meine die tunika kommt immer in die mitte was ist das denn dodo ich wollte noch die aber ich habe doch den scharf gefunden ach sind die sind die peter holstein eisen was soll ich denn jetzt hier ausnehmen den scarlet hammer der oben ist den musst du nur upgraden hast gesehen die starlet kisten die hat einfach so beim angeln die ganze zeit ich bin maßlos überfordert das mag sein das ist aber nicht schlimm du weißt ich bin doch da für dich kannst du noch die nicht nur dass du die sache verbessert mit dem gelben haben einer webbank dass sie sogar aufwerten kannst kannst du die werkbank noch ja okay dann war ich planlos durch die nacht ja weil er meinte er kannte die nicht ich wusste nichts davon hat aber du hast willmchen gegessen will mich jetzt ich glaube das schaf ist früchte für kohreinholz wurde es ja auch schon mal aufbauen ja dann müssen wir den da müssen halt am strand mit einer schaufel gehabt wie gesagt diesen pinken sand abbauen und dann noch neue bohre aufbauen kann man so eine ganze dann auf dem weg und das stück ich schon mal was irgendwo wo man sie ungefähr braucht und ich habe eben die schafe damit ich das gerade mal immer ledige habe jetzt irgendwelche fragen und bei den wegen sogar noch mauern gezogen oh ja baby bis hinten fast durch aber fleißig bis auf den wurm ist auf dem wurme karriere platz klassen unten hat leider der boom ein bisschen weg gemacht aber das ist nicht schlimm weiche selber schuld er war sehr fleißig und das weiß man nicht weil ich heute morgen aufgehört habe will ich das wissen ich saß hier so am angeln und das hat es ja gemerkt wie lang war ich das immer wieder und ich habe dann auch noch ein bisschen gekauft hat aber kräftig da wo die kochärte sind die obere linke kiste da sind einmal 215 100 und dann kannst du erstmal nehmen das ist immer grundnahrung wo das ist ja langweilig nach der zeit junge junge und ich bin mir die zeit vergessen dann war es halt irgendwann fünf morgens weil ich das hätte licht gesehen oder oder den händler kann man ja durchgucken den kann man ja weiß nur der eine händler war mit den spawnern mit welchen spawnern der mit dem mit der angestohlen dran kommen wir mal hier wo die flagge ist oben da war er drinnen da konnte sind vorher anquatscht hat er die ersten drei sporten gehabt und nachdem er hier drin war und einer was gekauft hat er die karte aktualisiert ist und da war atlantisch versuchten neos er kostet und komisiert mehr ihr schweine also nicht und ihr daraus gelassen und muss mongos hokus pokus pizza bist du gerade zufällig an der kiste mit dem blöcken drin wissen wie viel sonntag schon drin ist eigentlich korallensand noch gar keiner streng blöcke sind das doch ist ja egal und glück hast du nicht sand blöcke müssen den pinken sand haben da wurde vor dem roboter umgeklatscht wurde es aber nicht ein strich viel gemacht ja bist du sicher ja bist du hundertprozentig sicher ja ich kann da gerne ein bein machen das ist gar kein problem weil ich dir das gesagt habe ich bin ja nicht so bin jetzt so ein geballer freunde die heißen immer nur sand blöcke bei mir sind die rosa ja ja dann passt das schon vielleicht geändert weißt du was mal größer umfallen ist aber uns vergessen zu ändern er lässt bei der brotmotor in den chor fallen echt ja den hatte ich in der hand mit einmal das ist doch mal oh pflanze geht auch weg der muss das der muss der und fleisch hat den auch mehrmals gekehlt vorhin den muss man auch mehrmals geführt machen bis man alles hat ich hatte dann auch alles ich musste zwölfer machen mit einer kurz lernen er war fleißig was musstest du lernen einmal lernt meine tasche die war irgendwann voll ach so und dann wollte er den wurm mehrmals klatschen dass er halt auch die rüstung dafür kriegt da hat er nichts bekommen kein stück aber die maps sind so komprimierend das ist so traurig ich meinte schon zu ihnen vorhin warum haben die das denn nicht einstellbar gemacht dass man sich das aussuchen kann hast du echt den weg in den innenkreis zugebaut michi natürlich ich krieg nur noch die vier helmets richtungen seit wann ist denn dieser skarabinen körper vor unserer base den habe ich den habe ich gehabt geholt ich hatte ganz viel bergbau er hat langweilig gehabt die bob hier rauskommt ich dich holen falsches ding fokus pokos pizza dein focus ich sterben danke alles klar alles klar kommt mit meine kleinen freunde oh da hat er sagt du kannst mir doch vom problem tötet ihn bevor es eier legt ja das hat nichts zeigen lassen ich habe noch zwei korallen holz zusammen bekommen das ist sehr gut dann ist das schon mal drei fälle jetzt wenn ich kann ein bisschen was ich hole das noch mal ein bisschen ich höre von fabi gar nicht so viel das müssen überfordert glaube ich auch überfordert bin ich nicht guck gerade was ich mache was ich jetzt als nächstes machen kann man ist ja so raus zu lange herrn er war viel zu viel dazwischen passiert nicht cool nicht verbrannt sonst ja ich habe alle vier hallo komm her also hast du dich selber eingesperrt oder was aufbauen das ist jetzt eigentlich die nächste aufgabe miche schiffe direkt auf die flitzer zu gehen wo man das korallenholz braucht richtig das weit weg ach hier bin kein dash drauf deswegen die gegner sehen mich nicht die verbrennen schon 138 stück habe ich mitgebracht das war ich locker die samen habe ich in die samenkiste gepackt ja ich komme jetzt zurück und 533 sind richter ja 16 mal 4 sind 64 das ganze mal 8 dann bist du für erzielen auch noch gar nicht war dass das mal 10 640 also wenn wir die guten bohrer nehmen kann auch die belegen nehmen das sollte glaube ich reichen welche ärzte eisen also wenn wir die guten im welt eisen und ist gar kann uns können wir die billig bohrer nehmen das würde auch reichen für das holz die müsste keine anforderung haben das ist doch auch gut oder nicht ja aber hast du mal gesehen was die ganzen rezepte sind wie teuer die gleich sind das problem weil ich mit er auch leck die pflanze eher paar sprengen aufbauen damit man sich das gießen erspart weil da kriegst ja keine gartenpunkte für nur fürs abräumen ja das stimmt das ist wie mit dem kochen du darfst das nicht automatisch raus lassen zehn bahren ein bohrer deswegen ja die springer kosten auch acht bohren was kosten was sind was sind die billigen denn die grauen bohr die ersten kosten 18 bahren ja wie viel zinn haben wir dann haben wir 457 reich nicht skalit haben wir 559 auf was wolltest du jetzt willst du dann auf billige oder auf teure gehen ich will doch billige das reicht von der kraft her die brauchen ja keine anforderung in welchem gebiet gab es noch mal zehn mehr so im sand clay bereich okay dann gehe ich mal los ich gehe mal was holen ich gehe mal was besorgen hammer habe ich ja so besorgs ich besorgs ja kannst du darf ihn nicht nehmen hallo so das waren alle tierchen bis in der arzt seit den arz auswilden dass du auch bis zum rand ganz links oder nein nein weil ich habe den bosse fortgefunden als hier aus und dann hatte ich konnte ich das andere das habe ich ja gesehen dass er daneben ist und dann ist er die kurve rumgegangen und dann hat er nach den portalen gesucht also nach den teleport feldern und da ist auch ein muster drinnen ja kommt meine kleinen scheiße wir sind schon wieder neu groß ja und schleim zack tot gut sind das habe ich noch ach ja so ist das aber noch förderbänder für 10 warum auch noch einiges ach scheiße wir sind sind aber an anpacken dann hätte ich jetzt als erstes wenn ich sogar irgendwo eine ja die ich mal kugelt hatte glaube ich ich glaube meine die die links sich markiert hatte ja hier wo ich gerade bin nach der rechten seite ja hier sonst weil ich glaube hier vorne links ist auch eine ich habe nicht auch mit weil der mark drauf ist dafür brauchst du eine standbau maschine also wenn es die doppelkiste ich habe dich ja lieben aber jetzt mal wieder sortierend wenn wir durchsuchen hier im dreck welche doppelt mit den deko sachen da da waren die mauern noch drinnen ach so ja ich habe sie erst mal eingeschmissen dann packe ich das woanders rein ich habe in der kiste wo mauern und sowas drin sind ich dachte sie sollten da rein aber in der nette zu sagen wenn die soll noch sortiert werden dann hätte ich es auch gemacht ich habe heute nur die großen großen gepackt dass dann nicht mehr ein passt ich finde das erst mal wieder erblöcke benutzen für den ofen glaubt es nicht muss auch mal wieder sein ich frage mich gerade die großen schmelz ob die alles gebrannt haben damals glaube ich glaube nämlich auch diese riesen mist ich gerne sie sich nur groß oder was glaube ich zwei mega nicht zwei mal drei oder drei mal drei gewesen sein 1600 kupfer ja kauf haben wir auf jeden fall eine menge auch lüge dass da das ist 1800 sogar 1000 holz weil da müssen ja die bohrer auch noch dran gebracht werden weil ich wollte eigentlich die hälfte mit brettern machen habe ich die fiecher einfach mit dem hammer geklappt eben die immer nerven selber schuld ich glaube ich die halt mit dem hammer kaputt schön weggebombt ich habe keinen bock extra zu wechseln aber jetzt muss ich weil es ein paar mehr sind dauert sonst zu lange jetzt habe ich folgen richtigen gegnerin gegraben ok das ist gut das graue da hinten zinn ok das sind wirklich ein paar gegner ja das ist eisen ok aber du hast gesagt da hinten bei dir ne da wurde ja jemand drauf markiert ist na nö 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 stopp ich krieg das ja nochmal weggelöscht weißt du nicht weh so gräulich was ist das aber warum paprika ich brauchte die farbe deswegen warum die farbe ja weil gold ist natürlich gelbe offensichtlich eisen ist mehr so ja anthrazit kupfer ist hellrot ja ich weiß nicht weil ich halt gerade da war deswegen und die rest haben wird ja fast gleich sterbt ok das ist gold könnte zins sein dies sogar näher ja dann ist im außenkreis und dies im im kreis gut ja das war halt da wo ich die erste gefunden hatte beim letzten mal warte bist du bei gorben ja auch noch ein teleporter sein eigentlich normalerweise ja bei gorben waren wir da haben wir keinen gesehen die haben 60 meter radius vor dem meckern deswegen ich war auch nicht nah genug vorne geht weg mit sicher irgendwo dann da wo wir noch nicht drin waren in dem bereich wow ich habe gerade mal 22 jetzt gefunden da muss er gesagt dachte der boss muss unbedingt los gegen sowas aus der massenweise ich glaube gold sogar auch ich glaube schmuck dass wir es einmal poliert kriegen weg weg schleim mal ich kann das jetzt durchziehen hier ich weiß noch nicht ob ich mit den förderbändern für das eine system damit auskomme kann sein dass du mehr zinn brauchst du hast du den jetzt schon im portkreis nö ich bin da unten ach du ich bin ganz woanders unterwegs ne das eine zinn ist äh näher dran wattest du nicht letztens noch rotflash ich glaube wenn wir uns neu eingeloggt haben ich weiß es nicht das kann sein ja schon nicht schimmert der grenze ist er wirklich echt anders komprimiert hier die map er ist da wirklich wieder ja deswegen wäre halt viel einfacher gewesen wenn man das nicht selbst einstellen kann für leute die das hier die heite mögen und nicht sich so anstellen wie die anderen ah das ist so weit weg war der geilste heit damals so lange zu suchen alles ist das nicht sogar dass es das ausmacht bei sowas eigentlich ja naja deswegen halt ach was ich die map die mag er gar nicht hier oben auf der map sieht man den auf der map ja das geht da haben wir noch was oh freundchen ich mein schwer weg sind lehnschießer hier naja die haben auch die große klappe und dann sind sie nicht mehr da ich oder das kikaniki macht das schon für mich eher gesagt bei mir macht das mal ein Schleim verkloppt sie aber bei denen ist die alle noch viel zu viel verteilt ich habe gerade mal 43 stück ja manchmal findet man viele und manchmal nicht so ja 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 so ja